so auf geht's freunde der nacht ja ab nach calais gibt ja auch nur die eine fahrt dauert eine stunde und 31 reicht nicht für eine pause also ich glaube obwohl vielleicht doch theoretisch müsste für die pause reichen hat ja nicht wirklich so haben wahrscheinlich verschlafen alle anderen sind schon runter nur wir nicht keine ahnung wir sind jetzt wir sind in frankreich da fahren wir doch wieder normal oder ich finde es gerade ein bisschen schade dass es hier genauso aussieht wie in england ja aber wir fahren hier auf normaler straßenseite das ist schon mal gut er sieht hier aber auch original genau so aus wie in england lassen wir rollen dann müssen wir nicht gleich so ackern beim anfahren den hätten wir auch fahren können den anhänger der kommt bestimmt auch aus dover was ist mit ihm da vorne los und die polizei macht nicht mehr was dagegen so wir haben noch 114 km also ein bisschen müssen wir noch fahren was ist hier mit meiner ollen bremse hier schon wieder los irgendwas bremst hier schon wieder ein bisschen wie wie Ah, alles klar, okay, die Motorbremse war an. Jetzt verstehe ich auch langsam ein bisschen die Schaltung, also wenn ich den Knopf drücke, dann aktiviere ich die Motorbremse, kann dann die Stufen erhöhen und wenn ich nur den Joystick nach vorne drücke, da habe ich dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich volle Stufe Motorbremse gehe ich von aus. Und Retarder haben wir nicht, also kann ich den im Moment auch nicht benutzen. Oh, oh. So, aktivierte Geschwindigkeit hatten wir nicht mehr drin, das ist auch schade, dass wir hier nirgendwo eine Anzeige haben. Alter, ja, bremst mal einfach, meine Pedale hauen ab. Das ist natürlich ultra schlecht in so einer Situation. Muss da irgendwas drunter legen. Diese Gumminoppen scheinen nicht zu reichen, aber sie sind verschmutzt. dass meine Pedale andauernd nach hinten rutschen. Hatte ich bislang noch nicht das Problem, weil vor dem Umbau war da Teppich drunter und da sind die nicht 1mm weggerutscht. Ansonsten muss ich mir... Ach, verdammte Shit. Scheiße. Fuck. 300 Tacken weg, alter Schwede. Das ist wieder stockduster, man sieht gar nichts mehr in den Spiegel. Äh. Naja, was soll's. Lille. Hier kippen wir garantiert um, wenn ich hier Vollgas durchbrittern. So, da vorne wollen wir dann eh abbiegen. So, gucken wir mal. Hier kommen wir wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht rüber. Aber... Den Weg muss ich mir wahrscheinlich gleich... Ja, obwohl doch diesmal passt es. Weißau. Stockenduster hier. Tempomat schon wieder deaktiviert? Verstehe ich nicht. Nimmt da nicht an. Ich möchte gerne die eingestellten 80 kmh haben, bitte. Tempomat geht nicht mehr hier. Mein Tempomat ist kaputt. Tja, danke fürs reinlassen. kommt ja kein auto können wir ein bisschen licht machen dass wir was sehen nicht ablenken lassen von unwichtigen dingen so haben wir jetzt aber auch gleich gleich ist es geschafft 60 kilometer noch gefühlt manchmal eine ewigkeit weil man kaum vorankommt wobei 60 kilometer in den paar minuten die wir jetzt hier brauchen lieber das als 60 kilometer wirklich fahren das ist knapp eine stunde je nach geschwindigkeit was man da fahren darf man jetzt hier wären es tatsächlich ja um die 40 minuten rum wenn wir es jetzt mal in echt rechnen würden noch 40 kilometer auto eigentlich juckt die das auch gar nicht hauptsache ich sehe was die anderen hier sehen ist mir egal rundum leuchten können wir auch wieder anmachen kann das sein ne haben wir nicht so bald ist der tanken viertel leer das ist okay damit kriegen wir auf jeden fall ich will mal gucken dass wir jetzt auf jeden fall wieder richtung heimat langsam kommen best bezahlt natürlich hier sieht das mein tempomat aus und das war halt mit dem tank eventuell noch nach hause kommen also ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus dass spritpreise unterschiedlich sind ich denke mal es kostet wahrscheinlich egal wo wir hier tanken überall dasselbe mal bei der nächsten tankstelle darauf achten ob da eventuell irgendwelche preise dran stehen so wir haben was gleich geschafft kurz vorm ziel lässst du mich durch oder was wahrscheinlich weil ich schon so weit reingefahren bin kann man dann kann man sich wahrscheinlich das anhalten der anderen erzwingen das ist gut zu wissen obwohl er ja eigentlich locker vorfahrt hätte lille okay sehr schön so dann lassen wir rollen bis an die ampel ran schön sprit sparen machen wir gang mal raus und dann müssen wir hier auch abbiegen und hier auf den hof hallo polizia deutsches lkw hier fährt für euch waren so ich habe keine ahnung ob das was bringt wenn wir hier den motor ausmachen ich denke mir aber halt ich sehe es jetzt mal so an wie anhalten aussteigen eine pforte gehen oder wie auch immer und sich dazu melden so sehe ich das jetzt hier mal deswegen mache ich auch gang raus motor aus und so weiter und so fort ein bisschen mehr licht da hinten wäre cool ich glaube das wird doch schon wieder nix hier nee wir sind noch viel zu früh dran noch so aber von hier aus können wir auf jeden fall besser gucken wenn der grüne balken oder würfel nicht im weg wäre er ist dann komplett schief so 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 wenigstens stehen jetzt relativ gerade nächste auftrag ausgeführt perfekt so aufträge der firma gucken wir uns mal eben an was sie haben frankreich niederlande ne weiter rein wollen wir nicht unbedingt der ist sehr schlecht bezahlt dann gucken wir mal eben frachtmarkt gibt es jetzt hier nur die eine firma oder was wir haben 20.000 auf dem konto bank hallo bank wenn 400.000 aufnehmen auflieger händler schreite in deiner karriere weiter fort um ein auflieger können wir eh noch nicht kaufen alles klar wir müssen also noch deutlich weiter fahren bevor wir einen eigenen auflieger kaufen können dann gucken wir mal das problem ist tatsächlich die sind alles die mega lehrfahrten hier der ist noch sehr gut bezahlt von lüttich nach brüssel wir müssen aber erst nach lüttich fahren er wartet donnerstag bis 10 uhr das wird doch nichts da sollen wir in zwei in zwei stunden ist der früheste antrittstermin bis dahin sind wir doch niemals da unten egal wir nehmen wir machen gas